Herzlich Willkommen zur neuen Folge Playtale Rack WM und in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Okay, dann aber wollen wir hier weiter. Okay, dann haben wir ein paar Häuser. Okay, geht's nicht weiter. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Guck sie dir gleich mal an. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Stimmt. Okay, dann erstmal zur Werkbank kommen. Äh, Schleuder, Alchemie, Ausrüstung und Werkzeuge. Okay, ich würde sagen, als erstes mal... Vielleicht die Schleuder? Okay, bei der Verwendung der Schleuder in Galeam. Okay, das war halt gut. Ähm, zusätzliche alchemistische Munition. Wäre auch geil. Äh, zusätzlichen Topf. Wäre auch gut. Ich meine, es ist natürlich eh alles gut, aber... Ja, ich nehme einfach mal das mit der Schleuder als erstes. Oder... Vielleicht wäre das mit der Alchemie erstmal besser? Ich weiß es ja nicht. Ach komm, ich nehme einfach mal was mit der Schleuder jetzt. Warte mal, Fertigkeiten? Kann ich da schon irgendwie was nehmen oder so? Oder warte mal... Aber hier wird das automatisch freigeschaltet. Du musst es jetzt dann auch irgendwie verteilen. Warte mal, Herstellung. Okay, da können wir ja... Machen wir mal eine Sachen hier. Okay, sind wir hier fertig? Okay, warte mal, geht's runter? Ja, gehen wir. Warte mal, noch nicht. Ich will mich da noch ein bisschen schauen. So, ich habe mich erstmal alles mit. Und dann schauen wir erstmal... Hier noch hin. Weil da hinten sehe ich auch noch ein Haus. Warte mal, geht's gar nicht, geht's jetzt gar nicht weiter hier. Warte mal, vielleicht hier. Na auch nicht, dachte ich kann auch noch hin schon. Aber leider nicht. Okay, musst du jetzt erstmal bei der Leiter da runter. Oh, hier ist eine Leiche. Die Ratten? Nein. Ersttochen. Vermutlich sollte hatten. Okay, sind Käfige. Okay, dann hier durch die Tür. Und wieder Rauten. Sie riechen wie Kadaver. Ja, sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Okay, warte mal, dann schau ich jetzt erstes mal hier bei der Tugel rein. Okay, Alkohol und Schwefel. Und dann würde ich sagen, wir... Schauen wir es mal hier rein. Warte mal, was ist denn das nochmal? Ah, damit kann ich das Feuer dann ausmachen, glaube ich. Okay, hier mit der Schleudern. Jetzt sind wir jetzt erst mal da unten. Oh, scheiße. Oh, sind Soldaten. Ah, scheiße. Oh, ich muss ja raus, ich muss ja raus. Ich hab gar keine Ahnung, ob das da so Daten drin sind. Warte mal, hat er einen Helm oder was? Warte mal, ich kann mich doch anschleichen, oder nicht? Ihr lasst mich wohl nicht durch. Stechen. Aber der Degel hat einen Helm gehört, der hätte ihn eigentlich auch so töten können. Ach so, oh, ich Idiot. Ja, weil ich keinen Stein genommen habe, keinen normalen. Der ist aber hier nicht getötet. Okay, ist nix. Ich glaube, da habe ich noch irgendwas gesehen. Okay, ich kann einen Stock mitnehmen. Und natürlich erst mal anzünden. Sonst kommen wir hier gar nicht raus. Na, komm, wo ist der verdammte Nachtschatten? Ich weiß, es ist die Hölle. Aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Ach, scheiße. Wusste doch das mit den Ratten, was nicht stimmt. Als wären wir im Krieg, den sie schon verloren haben. Okay, warte mal dann. Holte ich erstmal daraus raus. Kann ich sich auf die Fackel schießen, oder so? Ah, nee. Okay, dann ist der schon mal tot. Okay, warte, ich würde sagen, wir gehen mal dort drüben, lass mal rein. Aber warte, er kommt hier nicht durch. Okay, dann sollte der als erstes, also sollte der jetzt mal, also nicht zu sterben. Aber ich glaube, ah, doch, geht der. Ach, scheiße, das war daneben. Muss ich dann mal sehr schnell. Ach, okay, zwei habe ich da jetzt noch, also soll ich das nicht verschießen, irgendwie? Warte mal, einer ist da hinten und der andere ist ja da in diesem Gebäude drin. Okay, warte, ist egal, dann kann ich jetzt erstmal das hier anzünden. Dann sollten wir da jetzt erstmal reinkommen. Ich gucke mal, dass jetzt keiner drin ist, oder so. Ach, scheiße, das ist schon wieder einer. Zwei sogar. Ah, stimmt, wir können uns sogar verstecken, endlich. Okay, das ist mögliche hier raus. Ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal jetzt hier nach hinten. Warte mal, hier ist ein Staub wieder. Warte mal, anzünden bitte. Und dann schneide ich durch. Ich glaube, dass ich mich jetzt gar nicht mehr... Blut vergießen. Alles, was Sie kennen. Es sind Soldaten. Fleischklumpen mit Schwerter. Warte mal, wo sind jetzt da eine überhaupt? Und da habe ich noch irgendwas gesehen. Oder warte, wo war denn das? War nicht die Monitur oder so? Oder habe ich mich das verschaut? Aber ich glaube, da habe ich noch irgendwas gesehen. Ja, doch, scheiße. Komm, jetzt kann ich hin. Oder, das will ich funktionieren. Na, ich glaube, da habe ich da hinten. Du, mal lieber hier ein Steinroos. Alter, scheiße, was ist denn jetzt wieder? Boah, okay, jetzt bin ich hier gerade festgehangen. Warte mal, hier müsste irgendwo einer sein. Okay, schauen wir mal da rein. Okay, warte mal da draußen. Warte mal da. Kommt mir nicht so nah. Hört ihr? Warte mal da. Da schluss man das Feuer. Also, ja, machen wir mal das Feuer aus. Okay, warte mal. Ah, boah, scheiße, da hinten so einer. Kann man sich essen eigentlich? Wer ist denn, wenn wir einfach alle sterben lassen? Oder wenn wir halt alle toten? Ah, warte mal. Ach, scheiße, das sind keine Daten. Ach, so, warte mal, das Feuer brennt da noch. So, jetzt haben wir den auch. Ja, anders geht es halt nicht. Ich meine, naja, vielleicht schon, aber es ist halt sicher so, wenn wir alle töten. Da haben wir den auch. Ach, scheiße, da hinten so. Warte, schnell hier rein, schon, bitte. Habe ich hier Deckung oder so in den Pflanzen hier? Ich hätte es auch mal schauen. Hör mal, es war ein verdammt langer Tag. Und mein Schwert ist noch warm. Also, wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie unzingelt. Ich soll euch helfen? Ihr seid doch sowieso schon alle tot. Hör mal, Kräuterkundler. Bleib stehen. Bald seid ihr alle krank. Und wenn ihr sterbt, werde ich lachen. Halt! Auf die Knie! Jetzt! Er wird ihn umbringen. Was? Was soll ich denn jetzt machen? Kniet ihr doch nieder, wenn ihr Hilfe wollt. Jetzt bist du zu weit gegangen. Also, was soll ich jetzt machen? Wenn wir ihn töten, dann... Ach, scheiße. Ihr wollt mich fressen? Nein. Dreckskerl. Verdammter Dreckskerl. Der Nachtschatten, Lukas. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Warte, den hoch ist mit dem Stein weg. Der hat eh keinen Helm. So kannst du nicht weitermachen. Wie denn? Dann müssen wir es gern. Geht's wie gut. Fahr zur Hölle. Amicia, bitte. Der hat mich, glaube ich, da gesehen. Warte, der sitzt da hinten. Was ist los? Ist das euch zu helfen? Obwohl, er hat das auch immer Feuer die ganze Zeit. Da hinten brennt noch was. Dann werde ich mich nicht durchkommen, oder? Ach, scheiße. Sind überall Ratten. Okay, warte mal. Hier ist mal das Anzünden. Nein, scheiße. Warte, wir müssen, glaube ich, in die Richtung gehen. Warte, ich schau mal. Warte, ich schau mal. Warte mal, steht es irgendwo. Ja, stimmt der rechte, in Wald ist Kräuterkund los. Komm schon, auf die Fakli. Nein, das war daneben. Alter, was für eine Scheiße, man. Alter, komm schon, das gibt es ja nicht. Da hat es immer noch eine Kiste. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter, scheiße. Alter, ich muss hier weg. Alter, es schenkt nicht mehr, dass ich hier bin, oder? Ja, glaube ich, oder doch? Ich habe ja nichts hergestellt, aber es gibt es ja nicht. Ja, da weiß ich, dass ich hier bin, oder? Das ist geil. Der war es überhaupt daneben, das ist wirklich nicht. Warte, ich glaube, ich logge den nochmal irgendwo da nach hinten. Und jetzt schnell da nach hinten. Komm, mach auf, mach auf, mach auf. Alles mitnehmen, perfekt. Jetzt kann ich da wieder was herstellen. Warte, wo ist denn der jetzt? Ah, da hinten. Da war eigentlich ein Stock, brauche ich ja. Nehme ich mal mit. Okay, warte, der kommt jetzt wahrscheinlich wieder zu mir zurück, oder? Nichts, muss wieder weiter. Geschoss für ein Stock. Und wir haben ihn perfekt. Jetzt sind, glaube ich, hier alle tot. Jetzt kann ich hier nochmal ein Stock mitnehmen. Zünden wir hier mal an. Warte mal. Oh, scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Nichts, da drauf schießen, wäre eh alles. Das wäre die Fackel hier rausgegangen. Okay, warte, ich brauche noch einen Stock. Und dann wahrscheinlich hier weiter, oder? Ich hoffe, das geht sich jetzt aus. So. Und dann hier weiter. Warte, hier wahrscheinlich irgendwo. Oh. Mir nach. Gut. Wir sind wohl erstmal sicher. Ja, dank mir. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Pflanzen. Lukas, sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber... Sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern. Lila Stern. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir das irgendwie finden. Noch eine Leiche. Die Blumenhändlerin. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Oh nein. Drecksäcke. Sie war so nett. Warte mal, da ist doch irgendeine Pflanze, oder nicht? Nein, nein, falsche Form. Ist schon gut. Such einfach weiter. Warte mal, da hinten. Passt aber auch nicht, oder? Warte mal, es ist da. Passt aber auch nicht. Nein, das ist er nicht. Hier ist nichts, Lukas. Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. Gartengeräte. Ach, lauter Schrott. Das kann doch nicht sein. Das ist doch sinnlos. Warte. Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm. Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Schwitzige Hände. Sucht alles ab, Männer. Ach, Scheiße. Okay. Das musst du dir selbst ansehen. Also nutzt sie sinnvoll. Ihr bleibt hier auf Patrouille. Meldet jede verdammte Rote. Alle anderen kommen mit mir. Wir brauchen Nahrung, Medizin, alle möglichen Güter. Nein. Sie gehen rein. Was sollen wir tun? Hey. Was? Es geht dir nicht gut. Doch. Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Ich weiß. Hör zu. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den... den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ich werde gehen. Ich schleich rein. Ich schaffe es. Wenn dich jemand... Dann werde ich rennen. Wenn nicht das erste Mal. Was passiert mit mir? was passiert mit mir. Oh nein, ich wusste es, ich wusste es. Alles klar, mach, schnell. Komm schon. Achtung, wir haben da drüben einen Plünder entdeckt. Wir sind vielleicht noch mehr. Dann sucht alles ab, tötet alle. Verstanden, ausschwärm Männer, seid vorsichtig. So dumm, warum hast du ihn allein gelassen? Hör auf, so schwach zu sein, hör auf, Angst zu haben. Los, rette ihn, alles oder nichts. Rette ihn um jeden Preis. Ein Plünderer? Wär es verrückt genug, hierher zu kommen? Aber gut, und dann muss ich sagen, das war es mit der Folge, ich hoffe es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Outro Untertitelung des ZDF, 2020